Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Freihaben. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Hat frei. Hatte frei. Hat frei gehabt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich habe frei. Du hast frei. Er hat frei. Wir haben frei. Ihr habt frei. Sie haben frei. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich hatte frei. Du hattest frei. Er hatte frei. Wir hatten frei. Ihr hattet frei. Sie hatten frei. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe frei gehabt. Du hast frei gehabt. Er hat frei gehabt. Wir haben frei gehabt. Ihr habt frei gehabt. Sie haben frei gehabt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich habe frei. Du habest frei. Er habe frei. Wir haben frei. Ihr habt frei. Sie haben frei. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich hätte frei. Du hättest frei. Er hätte frei. Wir hätten frei. Ihr hättet frei. Sie hätten frei. Den Schluss macht der Imperativ. Habe frei du. Haben frei wir. Habt frei ihr. Haben frei sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verbfreihaben. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.